Und willkommen zurück bei Let's Play Lollipop Chainsaw. Wir befinden uns immer noch auf der untoten Farm. Und ja, machen jetzt einfach mal weiter. Nee. Zack. Voll am Dancen hier, ey. Oh, und fail. Super. Und dem fliegen die Herzen nur so zu. Yay. Chaka, 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 chaka. Mal sehen, wie sie da im Hintergrund schielidert. Voll funny. So, komm mal, mein Popo-Geliebter. Boink, da ist er. Sehr gut. Boink. Boink. Oh. auch noch hier ohne Ende. Zumindest waren das zwei für drei. Yay! Na? Das könnte gefährlich werden. Genau da nämlich. Oh, lass es nicht mehr so viele sein. Hoch. Na? So. Nein! Mist. Ich hab halt keine. Rosalyn, quit moving! Ach du Schande. Das ist fucking hell. And you're gonna fail. We're trying to drop a boulder on us. So rude. Hatsum. Ach schön. Das war jetzt recht einfach. Rosalyn, wait! Why do you keep driving? It's irritating! Better clear the rotor! This bus is screwed! Autsch! I never hated rocks so much! Oh, was kommt jetzt? Oh, wenn man cool ist, sagt man nicht mehr Assholes. Man sagt A-Holes. Wo? It's another one of those mushrooms, Juliette. I'm gonna cut it open! Wo? Da? Tatsächlich, da steht einer. Aber muss ich nicht hier lang? Ich geh erstmal hier oben lang. Aber hier komm ich nicht dran, weil so kleine Mini-Baumstämme mir im Weg liegen. Da komm ich dann natürlich nicht weiter. Nein, das geht ja auch nicht. Oh nein! Untote Pferde! Die armen Pferdchen! Soll ich die auch noch kaputt machen? Ja, ich hasse es hinter dir. Soll ich jetzt hinter sich? Gehen wir mal auf den nächsten Trip, ha? Gucken, was jetzt kommt. Einmal tief einatmen und dann sehen wir schon wieder ein Ladebildschirm. Ich trinke mal eben einen Schluck. Wo sind wir jetzt? Das klingt schon wieder so nach Hühnchen. Och, nö! Ja, ist klar! Ah! Ja, ist klar! Leute, lasst mir keine andere Wahl. Ich hätte gern... Das! Genau! Genau! Gut, wenigstens ein haben wir damit. mit niedergestreckt. Das ist ein falscher Knopf, so. Und einmal ein halbes Hähnchen! Woo! Welch Wortspiel! Ich konnte es mir nicht verkneifen. Oh, er steckt fest! Und noch einen halben Hahn! Woo! So, mal eben schnell einen Lolli mampfen. So, was ist das? Ach, das sind Lippen. Ah, die Nase und die Lippen. Jetzt erkenne ich es. Huch! Habe ich jetzt zu lange gebraucht? Und ich noch... Was zum... Was soll ich denn da hinkommen? Uh! Au! Ah, okay. Vielleicht muss ich einfach warten. Uh, irgendwas... Oh! 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 Nummer zwei! Weg damit! Ja, den Gag hatten wir jetzt schon einmal. Komm, greif mich an! Steh auf und hau ihn! Steh auf! Ich drück den falschen Knopf! Mist! Komm, greif mich an! Geht's noch? Komm, du willst es doch auch! Mist, der ist zu schnell! Ja! Okay, den Rast kann ich ihm wohl nur am Boden geben. Komm! Komm runter! Komm! So! Und... Schluss mit lustig! Uh! Und schon ist der Trip vorbei. Ach ja! Und wieder der geliebte Ladebildschirm. Hmm... Hm... 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 Uh... Okay... Yay! Yay! Wow! Ups! Huch! Ja, ich seh gerade. Ja! 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 Drei... Hundert! Sieht das da gerade richtig? Ups! 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 Ips! Ups! Oh, da ist eine Slalomfahrt hier. Die hatten hier nie im Leben so viel Farmer auf der Farm. Das ist unrealistisch! Wir laufen auch in so einer Kolonne, hm? Ja, ich muss doch ein bisschen rangieren hier. Oh, die Kurve habe ich jetzt aber schön gekriegt. Das wird man gar nicht meinen. Yeah, ich weiß. Ja, den komme ich nicht ran. Jetzt komme ich an ihn ran. Yay! Yay! Nur noch 80! Mann! Wo kommen die denn alle immer her? Das ist ja gruselig. Oh, ich hätte es fast geschafft! In einem Zug zu drehen! Ja, der Rest verschwindet dann wohl gleich. Weil da waren mehr als noch sieben Zombies jetzt hier auf dem Feld. Definitiv mehr als sieben. Go, go, go! Ja, und der Rest, der fällt jetzt untot tot um, oder was? Schon wieder der Ladebildschirm. Das ist nervig! Punkteabzug für dieses Spiel. Aber das sagte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge. Oh, groovy Musik, Altan! Voll chillig! Ach, schön ist es, schön. Schnell! Okay, ich gucke nur, ob ich hier nichts noch liegen habe. Ah, Lollis. Wie viele Lollis habe ich? Oh, okay. Shopping! Lollipop, Lollipop. Yay! Lollipop, Papp, 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 Papp. Upgrades, nochmal gucken. Ich könnte auch Stärke nochmal nehmen. Gesundheit. Nee, ich nehme Gesundheit. So. Donkey Fruchtkreppen. Leider hab ich so rein überhaupt gar kein Geld mehr. So, das sieht wieder aus wie, äh, Dingenskirchen. Na, wo ist er? Äh, ich muss überlegen. Äh. Ah. Weich flöte. Wah. Ah, okay, ich seh's. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Yay. Yeah. Jawoll. Sehr stylisch. Und mit diesem stylischen Move beende ich das Let's Play für heute. Für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und schaut euch mal, oder, äh, und schaut euch auch meine anderen Let's Plays an. Ich würde mich freuen. Also, die nachfolgenden Folgen. Aber auch gern die anderen Let's Plays. Und sage an dieser Stelle einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017